Hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Ankündigungsvideo von mir. Wir haben heute den 20. April 2014 und somit Ostersonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen wünsche ich euch allen ein frohes Osterfest und viele Geschenke oder viel familiärer Zusammenhalt, was ihr auch immer macht, jetzt am heutigen Tag. Aber das ist nicht alles, warum ich dieses Ankündigungsvideo mache. Und zwar, ja, hatte ich mir überlegt, weil ich jetzt viele, viele Anfragen bekommen habe in letzter Zeit, von wegen, hast du Skype? Kann ich, darf ich dich da adden oder da adden? Klar, Skype habe ich jetzt eine Regelung gemacht und zwar habe ich mir extra für diese, für die, für euch Abonnenten, so, das war's, einen separaten Skype-Account erstellt, den ich zusammen mit dem Minecraft-Server, also mit meinem, äh, Skyfactory-Server auf dem Netbook laufen lassen werde. So, dass ich darüber zwar, ich bin zwar da nicht immer da dran, aber ihr könnt mir dann halt darüber schreiben. Und, ja, ich werde es auf jeden Fall in den Link packen. Es ist, ähm, Dead Siljean, so wie halt, wie ihr es kennt. Müsstet ihr eigentlich bei Skype finden, dann, wenn ihr das sucht. Und, ansonsten, ähm, keine Probleme mit Sachen, ähm, solange meine FLs noch Platz haben, könnt ihr mich gerne bei Sachen wie League of Legends oder Diablo 3 gerne adden. Und, wie gesagt, halt jetzt auch bei Skype. Dadurch, dass ich ja jetzt separat den Skype-Account erstellt habe. Somit kann man darüber dann quatschen oder so. Ihr könnt Anfragen stellen. Wie gesagt, ich werde alles unten auch in die Kommentarbox reinschmeißen, äh, zum Thema, äh, wo ihr mich adden könnt. Äh, Twitter habe ich auch, schon was länger, aber nie verlinkt oder so, kann ich auch mit reinschmeißen. Für Leute, die gerne da, sollten sich mehrere Interessenten dafür finden, werde ich auch da wieder aktiv. Ja, und ansonsten, falls sich irgendwer wundert, warum meine Aufnahmestimme etwas anders ist, als das, was man sonst kennt. Ähm, das liegt daran, dass ich jetzt nachträglich aufnehme meine Stimme, und zwar mit dem Standard Windows, äh, Audio Recorder. Weil mein Fraps leichte Probleme jetzt eben hatte mit einfach nur Voice aufnehmen, beziehungsweise, ja. Ich musste ja halt erst das Video, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, aufnehmen. Und dann, ähm, zusehen, dass ich meine Stimme noch irgendwie da drauf kriege im Nachhinein. Also muss ich jetzt darauf hinaus, äh, zurückgreifen. Ich werde es wahrscheinlich dann was lauter stellen müssen, weil es, weil der Audio Recorder ja nicht, zieh, nicht allzu gut aufnimmt. Die Lautstärke soweit, wie ich beim letzten Mal noch in Erinnerung habe. Ja. Und das war's eigentlich. Wie gesagt, ihr könnt, dürft mich, solange meine FLs noch Platz haben, gerne, äh, adden. Bei League of Legends und auch bei Diablo 3. Das sind so die Sachen, wo ihr mich am ehesten beifindet. Wobei League of Legends eher selten im Moment, aber wird auch wahrscheinlich wieder kommen. Und auch, klar, Hearthstone ist ja auch, ist ja der gleiche Battle.net Account. Da könnte man, wenn ich das mal wieder spielen sollte oder so. Starcraft, ja, hab ich auch, bin ich aber absolut grottig drin, sagen wir es mal so. Ich kann die Kampagne, hab ich durchgespielt und das war's. Mehr hab ich da nicht gemacht. Ja. Also, wie gesagt, Leute. Äh, meldet euch bei mir, schreibt mich an, äh, addet mich. Bei, sag ich es jetzt nochmal, bei Skype ist die neue Adresse für euch Abonnenten, netsalgen, so wie es halt gewohnt ist. Ich glaube, es ist aber zum Finden alles kleingeschrieben. Ähm, bei Battle.net Account ist das, ähm, deadsalgen, raute, ich weiß grad nicht, ja, Hashtag, keine Ahnung, äh, Hashtag 2313. Ähm, lol, deadsalgen wie gewohnt. Ja. So, Twitter findet ihr mich auch unter der Zeitung. Also, einfach mal gucken und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.